Also das ist am Handy, wenn ich da den Messenger betätige und der Messenger möchte, den Vierwortschlüssel wissen viele nicht mehr, wo der ist und haben den vergessen. Da geht man jetzt also in den PC, im PC und Browser, Handybrowser kann man es auch versuchen, ich finde das lästig, meldet sich, also Suchmaschine, Büx und anmelden und geht dann in den Messenger. Und wenn man hier Messenger ist, natürlich mit seinem Büxaccount weiter nochmal anmelden und an der Stelle kann man hier einen neuen Vierwortschlüssel setzen, den man dann fotografiert und sich merkt und damit kann man sich am Handy wieder anmelden.